I want to record things. Ich werde voll Luscht drauf, deswegen werde ich einfach weiter aufnehmen. Haha. Bam. Und da ich Whitebeard noch nicht besiegt bekomme in One Piece Unlimited Cruise, werde ich einfach weiterhin das hier aufnehmen. No. 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 Super Attacke. So, du wirst auf jeden Fall verbrannt. Sorry. Äh, äh. So. Äh. Und das klappt auch nicht, was auch immer du da jetzt vor hast, mit dem da und dem da und überhaupt alles. Au. No. No Johnny for you. Sorry. Äh, was habe ich denn an? Nail Shooter. Ja, ja. Au. Come on. Ich möchte dich nicht, äh. Ach, come on. No. Ey, ich möchte dich nicht verlieren, aber ich möchte dich auf keinen Fall hier... Ah. No. Oh Gott. Ich bekomme keine Attacke mehr. Nein. Nö. Komm. Hm. Ah, es geht so schneller, wenn ich gewinnen würde, würde erst wieder das ganze Bildschirmzeug kommen. Und ich möchte hier wirklich eigentlich erstmal... Ihr wisst schon was machen. Au. Oh. Bäm. Au. Oh, Nigiri kriegt aber immer hin. Ah. No. Das klappt nicht, so wie du denkst. Deswegen machen wir das mal so. Und, äh, okay. Das hat jetzt sehr viel gebracht auch. Oh. Oh, nice. Aha. Ich brenne aber auch. Damn you. No. No, 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 no. Ach. Gott. Das wird echt nervenaufreibend gerade. Wisst ihr das? Äh. Ich weiß, dass man nichts tun kann. Lose. Yeah. Yeah, lose. I know. I know I lost. You don't have to tell me. Wieso ist er jetzt schneller? So. Komm her. Au. Das bringt gar nichts. Johnny. Wollen wir den hier? Au. Komm, Johnny. Äh. Ich möchte auf jeden Fall dich hier haben. Auch wenn ich dadurch genauso gut selber verletzt werden kann. Come on. Äh. Na ja. Ich hatte zumindest bis gerade eben irgendwie den Vorteil. Mit Defensive. Aber jetzt wird die Gegner auch irgendwie stärker. Äh, Johnny. Du bist gerade sehr ungelegen. Ach. Ach. Ich kann auch nicht rechtzeitig springen. Nein. Das funktioniert nicht. Das ist das Spiel manchmal ein bisschen. Naja. Kann man nichts machen. Das sind halt die Game-Mechaniken. Dumm, dadam. Come on. Irgendwie verliere ich jetzt nur noch. Eigentlich wollte ich doch nur... Ach. Scheiß Onigiri. Könnte aber einfach abwehren. Aber nö. Das kommt mir offenbar nicht in den Sinn. So. Äh. Und ich treffe natürlich nicht. Wäre doch viel zu einfach, wenn ich treffen würde. Natürlich. Komm. Und das hier. Bam. Nice. Johnny. Ja, ja. No Son. Äh. Johnny. Sorry. Nochmal, Johnny? Das ist nicht gut. Und vor allem, da ich hier gerade ziemlich in einer Bredouille bin. Ja. Doch. Das, äh. Ich muss hier irgendeinen Trick machen. So funktioniert das nicht. Ha. Vor allem, wie ich es jetzt nicht mehr schaffe zu gewinnen. Obwohl ich es gerade eben noch die ganze Zeit geschafft habe. What the fuck? What the fuck is going on? Nein. Ich bin noch ausgewichen. So. So. Machen wir den mal. Ach. Wie auch genau. Wartet. So. Ich will nicht, dass du mich auch ansteckst mit dem Brennen. Hm. Hm. So. Ich muss ehrlich gesagt zu vorsichtig spielen, oder? Das könnte es sein. Nein. Au. Johnny? Uah. Nein. Sorry. Okay. So. Äh. Jetzt habe ich keine Superdaten. Nein. 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 Ich bin zu langsam. Ich brauche. Ah. So. So. So dürfte das gehen. Au. Äh. Wieso kriege ich einen Nählschuter nicht hin, wenn ich will. Irgendwie. Okay. Come on. Boah. Gott sei Dank. Endlich. Das hat jetzt viel zu lange gedauert dafür, dass ich eigentlich schon nach dem ersten oder zweiten Versuch mit ihm gewonnen hatte. Huh. What the fuck? Einfach nur what the fuck. Mehr nicht. Cleared. Ja. Thank you. Aloha, sure. Defense up one point. Das hat er auch davor schon. Äh. Man spielt keine neuen Skins für die frei irgendwie. Stimmt. Man kann hier auch gar keine Skins auswählen. Fällt mir da gerade auf. Das könnte eventuell ein Grund sein, wieso man keine neue Skins frei spielt. Hm. Naja. Egal. Damn. Nice. Luffy Level 15. What? Äh. Ich befürchte. Ich muss noch ein bisschen trainieren hier. Mit. Ähm. Auf wem sein ich. Wobei Alon könnte es schaffen eventuell. Ups. Soll ich nicht. Eh. Dahin. Knock out a bone. No one is always full. Oh. Das ist so. Derobehaftig. Strut. Yeah. Finally found you. Was ist das Ende? Nee. Dahinten geht es ja noch weiter. What the fuck. Äh. Ah ne. Hier kann man genauso Kostüme auswählen. Wieso spielt man keine neuen Kostüme für die frei? Schade. Naja. Vielleicht kommt da noch was. Hm. Da es immer nur die zwei Standarddinger gegeben, habe ich gar nicht gemerkt, dass man das machen kann. Okay. Wow. Buggy. You really bug me. Now stop following me. I get you for blowing me away. Nobody does that to Buggy. What? Äh. Das passt nicht. Das ist ein Fehler. Findet den Fehler in diesem Bild. Hehehe. Luffy. You've grown. Äh. Okay. Ich freue mich, ob etwas Besonderes passiert, wenn... Oh. Wirklich? Das ist irgendwie schnell. Bäm. Aber ich habe hier definitiv einen Vorteil auf dem Schiff. Was? Der hier? Wird von dir eingesetzt? Sorry. Das klappt nicht. Bäm. 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 Hingegen schon. Ich kann mich jederzeit löschen. Du nicht. Bäm. Wodafuck. Wodafuck. Was das? Aber es war ehrlich gesagt ganz gut, dass das passiert ist. Nein. Haha. Während du ladest, kann ich hier aufladen. Wir machen wir hier mal. Bäm. 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 Problem mit Arlong, dachte ich mir. Fischmensch vs. Luffy. Da hat Luffy schon immer Probleme gehabt. Hätte er nicht seine Teamkollegen, hätte Arlong ihn ja besiegt. Buggyball. Super up one point. Nice. Okay. Mehr Attack Damage. Hahaha. Nice. He got away again, but he didn't go far. Come on, let's check him down. Let's finish him off once and fall. Okay. Level 20 Ace? Wirklich? Oder Level 13 Chopper? Ich glaube, ich finde ich das bei Support Charakter. Ich glaube, das geht um einiges einfacher. Hä? Are you Clowns? Das ist das einzige was er sagt. Okay. Dann Krieg. Und wer kann denn am besten? Kurobi. Ich glaube ich ganz gut zum töten. Wobei Chopper relativ schnell ist, da hätte ich vielleicht auch können. Hm. Stimmt. Na egal. We know who you are. You're the Ship Doctor Chopper. You're part of Starhead's Q. Too bad, but we'll cut you into pieces. You can blame your captain for that. Ah Pirates. Das weiß er eigentlich gar nicht. Hö? Also vielleicht durch die.. Ah, der ist schneller als ich. Ja. Dachte mir schon. Really? Jetzt rufst du schon deinen Doktor? Au. What the heck? Okay. Ich hab's kapiert Hilfe Oh Gott Hör auf den Doktor die ganze Zeit zurufen Die hilft dir auch nicht Die hilft dir sehr viel Gott Ich hab doch schon so viel Defensive Was soll ich denn noch machen Jetzt hast du noch mehr Defensive Oh Gott Ja das So Okay Fall in your face Von Chopper Das ist definitiv nicht einfach Chopper du bist gut Von Level 13 ich dachte schon Wieso ist da Level 20 Ace und Level 13 Chopper Wow Kann ich mich sogar abwehren So Um mal Kurobi hier Ich wünsche mir mal einzuweisen Was war das Jetzt arbeitet auch noch Äh Au Doktor Au What the fuck Ihres Potions haben meine Axt aufgehalten Das ist das Diese Potion müsst ihr mir mal zeigen Die das hinkriegt Oh Gott Äh Ich noch mal ein bisschen was Ja Nein Doktor Sorry Machen wir mal hier Ein bisschen äh Support Character Action Wir haben es geschafft Komm her Komm her Komm her Kurobi Du musst ihn töten Äh Wieso Wieso Ja Nice Sehr schön Danke Kurobi Du bist der Nein nicht der Beste Aber Nah dran Support Character Yay Wir haben es geschafft Virtual Cable Cry Defense up one point Ein bisschen mehr HP Dann bringt unsere Defensive auf mehr Super Tech Nail Shooter Nail Shooter Haben wir das nicht schon Irgendwie Kurobi Yay I gotta get out of here Ah Gott Äh Da wird 15 Mr. Crocodile Oh Ich riech da was Ist das eigentlich Moment Ist das die letzte Karte Nein Da kommen noch zwei Ich dachte gerade Äh Oh Gott Als Opponent's Gush Always Full Low Damage from Attacks Defeat of and for time up Finish Attack Is a Secret Attack What the fuck Äh Game Hallo Oh Oh it's you again Why do you keep bugging me I'll do anything for revenge I'll make you join our crew You can't stand against us Okay Dann wissen wir wohl Welche zwei noch da fehlen Äh Oh Gott Arlong Wäre mein bester Äh Ja Feuer gegen Feuer Das ist so sinnvoll Aber ich glaube das Spiel beachtet das nicht Oh Zumindest nicht mehr der Schnee Level Äh Bam 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 Natürlich mache ich kein Damage Aber er macht auch nicht so viel Damage Äh Au Aber ja Definitiv Nervig Äh Ich befürchte Wir müssen hier Secret Attack spammen So schaffen wir das nicht Au So schaffen wir das Ist recht nicht Bin ich verbrennt und verwehrt I can't do anything Right at the moment No Da kann ich eigentlich nichts dagegen tun Gott Ja Nö 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 Shanks Du könntest das mal probieren Ist hier der stärkste unserer Gruppe Und deine Secret Attack Könnte uns da eventuell helfen Aller Dings Ist unsere Zeit auch schon abgelaufen Deswegen Return to Sea Map Und ich würde sagen Falls es euch gefallen hat Liken Falls es euch sehr gefallen hat Abonnieren Dann wünsche ich mir viel Spaß Vom anderen Displays Tschau Leute